Das hat meine Tochter gemacht. Cool, ne? Eine Minute, um mein Produkt zu zerreißen. Nämlich aus dem Aldi. Schokowittis aus 74% Vollkorn. Die Dinger sind, als ob ihr auf Stroh rumbeißt. Ja, die sind, die sind, die sind wie Stroh. Das ist, ich habe schon überlegt, ob es Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, aber ist nicht. Das ist noch haltbar bis, komm schon, bis 2018. Die Dinger Schokowittis sind vollkommen ungenießbar. Das ist, das ist, da ist nicht mehr Schoko drin. Ich weiß nicht, wieso da Schoko draufsteht. Die Dinger sind. Ich habe es ausgespuckt.